Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon 3 diese Edition Wir haben im letzten Partie den Arena-Leiter besiegt und jetzt müssen wir auf Route 8 gehen auf eine... Wir müssen neben die... Wir müssen auf eine Höhle auf ihn warten, oh mein Gott! Oder neben einer Höhle, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber... Äh, ja, wir kommen jetzt wieder raus... Oh, schhhhhhhhhh... Scheibenkleister... Nochmal proben! Wir können ja hier entlang... Hier ist es! Hoch mit mir! Raus aus der Arena! Oh! Wir haben schon 5 Orden und ich speichere jetzt hier... Und dann kommt Charmankin und dann kommt Pflanzen gegen Zombies! Oh mein Gott, Pflanzen gegen Zombies ist so cool! Hui! Jetzt raus hier! Jetzt gehen wir weiter! Die Reise muss weitergehen, Leute! Und äh... Oder wo ist Sharon eigentlich? Hm... Sharon... Oh, egal! Geh mir... Oh! Hallo, To! Ah, Ben! Du erzähl doch mal! Warst du in der Arena? Kann das sein? Wah! Du hast da... Äh, du hast du... Ich bleib grad spartlos! Ich bleib grad spartlos! Mach mal! Teddybuck! Oh, gut! Das ist das Pokémon-Uhr! Teddybuck! Boah! Bullett ist vorne und ist auf Level 33! Ich musste dich leider um... Ich hab dich vergessen, um zu tauschen, Bullett! Aber egal! Armstoß! Was? Oh, ich hasse Bodycheck! Ist mir egal! Ich setz meine Attack ein! Wie ich will! Brandstempel! Was? Dein Ding setzt du ein? Brandstempel! Das wir... Das wir's gleich sehen! Na! Oh, was war das denn? Eine riesige Gengidama! What the fuck? Wissen ihr nicht mal Red Bulls Head? Na? Gefällt's dir Teddybuck? Nein! Sodamax! Sodamax! Ja, lustig! Gut gemacht, Bob! Bob, du bist dran! Wieso hast du denn Sodamax noch trennt? Weil er mir sie gefällt! Ich hab einen weggemacht, meine Wege-Mag! Ah, du Blödsinn! Ha! Du Blödsinn! Ha! Ha! Oh, er fiesert bisher das... Das wir auch noch mal den Start zu ein... Bob, muss mal weg! Bullets! Ich hab vergessen, meine Punktenswahl! Verdern! Brandstempel! Oh, ich klasse! Ah, hab mich zu bepflanzen! Ah, ich geh! Überall diese Keime! Keime! Oh, ne, das sind doch... Na? Pflanzen? Somnivora, oh, du hast ein Pokémon weiterentwickelt? Ja! Mein Somnivor, mein süßes kleine Somnivor hat sich noch weiterentwickelt! Oh ho ho ho! Ach, heul doch! Oh, siehst du! Oh mein Gott! Hilfe! Stärke! Und mein Mauliert sich auch weiterentwickelt. Oh mein Gott, ist das auch süß! nach der mann eröffnet das musste machen nein bollett nein auch nicht schlafen machen ich habe ja doch irgendwas zum aufholen doch zum aufholen er hat sie auf keinen hoher nur es ist vergiftung eine höhe ich hab nichts wir haben noch mal rein hier doch Marron Bäre los ist es aufgewacht was hast du da gemacht keine Ahnung Beschwörung ach so Metallklaue doch Welt dein Pokémon ist nicht tot und hör auf Wipmose gegen mein Pokémon einzusetzen dann hör auf mein Pokémon anzugreifen wir sind dann im Kampf ach so du setzt Marron Bäre ein und du setzt Supertrank ein fliegt dein Pokémon ja siehst du doch ach so Metallklaue nochmal oh man ich muss wohl umtauschen Nein tu es nicht doch gegen Bollett wieso Russland ich dachte wieder weil ich es mag Scheiße Brandstempel oh verdammt ich dachte das würde klappen aber nein wieso hast du was getan weil ich gewinnen will aber ich muss gewinnen ich bin der Held dieser Geschichte dieses Spiels lehnenbrühe nein keine lehnenbrühe ich geht verdammt alter äh äh mein armer Symbol los Geri oh dein Curry sieht ja cool aus Dankeschön Luftschlitz eigentlich bist du tot Ah, super, toll. Mein Name ist Somnivora. Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück, To. Du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe es so das Gefühl, dass du genau verstehst, was in deinen Pokémon vor sich geht. Weißt du was, To? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Na, fliegen. Danke. Cool. Du, hat mir mein Papa in Liorna City gegeben, damit ich jederzeit zurück nach Hause kann, wenn mich das Heimweh plagt. Davon gehe ich zumindest aus. Hm, aber dann sollte ich Sharon wohl besser auch eine Bitte abtreten, nicht wahr? Also gut, To, man sieht sich. Bye, Sharon. Äh, Belle. Yeah, ich habe fliegen. Yeah, jetzt kann ich über den Fliegen fliegen, wo ich will. Ja, das bringt mir sofort Güri bei. Und da vergesst ihr mal schnell... Silberblick! Fliegen ist eine super Attacke. Und jetzt gehe ich mal schnell meine Pokémon heilen. Hui, fliegen. Äh, da. Und jetzt gehen wir auch weiter. Guten Tag. Ja, deine Pokémon. Ja, möchtest du dir noch was anderes kaufen? Äh, möchtest du noch was kaufen? Nein, ich möchte nichts kaufen. Du bist echt mysteriös. Dankeschön. Ja, tschüss. Hab dich lieb. Tschüss. Tschüss. Äh, hier oben war ich schon, haben wir das Item hier geholt. Okay, speichern wir hier mal. Und jetzt setzt ich Supershots ein. Wo bin ich? Route 6. Route 8 ist weit weg, glaube ich noch. Ich muss mal die Karte aufmachen. Wo bin ich? Route 6. Äh, ja, ich wollte Superschutz einsetzen. Das nicht wilde Pokémon nicht angreifen. Superschutz! Superschutz? Hallo? Ah, da. Oh, da ist auch noch... Ich kann... Ich hab keinen Surfer. Verdammt. Na, komm her, du Forscher! Ich bin Homo-Forscher. Nein, bist du nicht. Du bist ein Forscher. Achso. Was ist du denn für ein Pokémon? Äh, ein Forscher, der sowas hat? Oh nein, ich muss ja Bullet umtauschen. Äh. Was bist du denn, Bambi? Bambi, Bambi. Na, auf auf Bambi zu machen. Nein, ich bin Bambi. Scheibenkleister, du hast sehr überlegt. Nitro-Ladung. Das hat Nitro-Charger. Das ist so englische Version, ja. Wah, Tja, Sam. Ich will nicht wissen, wie deine Weiterentwicklung ist. Oh man, noch ein Level. Vielleicht entwickelst du dich dann weiter Bullet, aber ich muss dich da leider jetzt umtauschen. Suborb. Und mein kleines Inbo muss auch umgetauscht werden. Die entwickeln sich auch bald weiter. Pokémon mit trockener Haut lieben Wasserattacken oder allein Regen. Ich spreche hier natürlich von ihrer Fähigkeit. Ja, Leute, jetzt haben wir eine lange Reise. Emolga. Nein. Oh, du. Du bist Emolga. Ich hab dich total vergessen aus der Rioner Irola City Arena. Emolga. 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 Oh. Lugzucki. Nein. Nein, auf Doppelteam einzusetzen. Oh man. Suchen wir doch keine Chance. Oh nein. Haha. Lugzucki. Komm. Emolga. 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 Ja gut. Emolga. Du gehst mir auf den Sack. Emolga. Stampfer. Oh man, du blödes Emolga. Komm schon. Oh man, ich hab mal wie auf meinen Player herum. Dass eigentlich ein Stampfer kommt. Stampfer, endlich. Oh, ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Nein. Bob, es tut mir leid. Dass die Party isoliert wurde Blablabla Seesokids, das ist ja das Ding ins Pokémon Los, Guri Bob kann jetzt gar nichts ausrichten Seesokids Luftschnitt Wow Dazu sag ich jetzt nichts Wie geil Ah, ich kriege jetzt von dir bestimmt was Dankeschön Gut, jetzt brauche ich Paraheiler Da 19 Stück Dass ich mir so viele gekauft habe Ich beichere mir voll diese Arenaleiter Äh Arenaleiterin, das ist eine Trainerin Ich bin so dumm Kenners, Kenners Wir haben gerade den Arenaleiter besiegt Und jetzt kommst du dran Es regnet Es regnet gar nicht Oh, es regnet Oh mein Gott, du hast vier Pokémon Schallquapp Oh mein Gott, warum hast du dein Schallquapp nicht weiterentwickelt? Keine Ahnung Oh mein Gott, ich hab da keinen Bock, so weiter weg und so sieht's doch schön aus Aber es hat keine Chance gegen Donner Mist, hab nicht das gewusst Noch ein Schallquapp nicht weiterentwickelt? Ach Bob, kannst du hier mal alle Allee-Diginal Vier, wenn du alle vier hast Ach, mein Schallquapp nicht weiterentwickelt? Ach, mein Schallquapps, wie du schon? Aber das ist ein Wasser-Pokémon, deswegen muss ich sie auch zerstören Mann Hast du Schallquapps Mann, bist du Schallquapp-Fan? Ja, Schallquapps forever Ole, 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 ole Schallquapps forever Welche Drogen du auch genommen hast, Fräulein Nehmen wir dich davon Das letzte Schallquapp Bitte, Schallquapp, pack es Nein Deine Schallquapps werden untergehen Nein, wir haben Schallquapps Noch ein Forscher Ich bin ein Forscher Bestaune mich Was ist du denn da? Sesukits schon wieder Dein Sesukits wird auch nicht mehr sein Doch Nein X-Angriff Daniel hat X-Abwehr eingesetzt Du setzt X-Angriff ein Weil ich cool bin, deswegen Du bist nicht cool Du bist ein Forscher Siehst du, du hast verloren Nein, verdammt Okay, Bob hat einen Lapp bekommen Jetzt tauscht er mit Guri Tausch Was ist das hier? Na, Jahreszeiten im Forschungsinstitut Und das ist auch noch eine Forschung Schon mal das Poké-Bellchen da Hypatron Und den habe ich mir auch noch Elixir Und wisst ihr was? Ich speichere das hier und wir sehen uns dann im nächsten Jahr Von Pokémon Weise Edition Habt Angst vor mir Bye Bye